Die Antenne Steiermark-Muntermacher Thomas Axmann, Simone Wallis und Roland Schmid waren gestern bei einer der vielen Zumberstunden des Star Life Gleisdorf in Lasnitztal mit dabei. Am Anfang waren sie noch etwas verunsichert, da es gestern ja doch das erste Mal war, wo sie in den Genuss des lateinamerikanischen Tanzes gekommen sind. Doch je länger die Party dauerte, desto mehr dauten sie auf und desto mehr ließen sie die Hüfte schwingen. Simone Wallis hatte den richtigen Hüftschwung gleich heraus, während sich Thomas Axmann und Roland Schmid einen sehr ansehnlichen Kampf vor ca. 50 Metern lieferten, als die zwei einzigen Männer im Saal wohlgemerkt. Die beiden mutigen Jungs haben sich parvorös geschlagen und waren immer wieder für stimmungsgeladene Momente aufgelegt. Nach etwa 45 Minuten schweißtreibendem Zumber wurde es dann mal Zeit für eine kleine Erfrischung, die sich die Muntermacher ja reglich verdient haben. Und auch am kommenden Samstag, den 12. Mai, werden die Muntermacher ab 17 Uhr in Gleisdorf mit dabei sein und ihr bisher Gelerntes dem großen Publikum präsentieren. Denn da steigt die Mega-Zumberparty des Starlife Gleisdorf mit 16 internationalen Instruktoren und vielen, vielen Highlights, wie z.B. Österreichs größten Zumbershop, einer Modenschau oder dem Catering-Service. Ab 17 Uhr geht's los und im Anschluss der größten Zumberparty Steiermarks gibt es dann auch eine große Aftershow-Party. Meldet euch bei den Antenne Steiermark Muntermachern oder im Starlife Gleisdorf und unterstützt die Muntermacher auch am kommenden Samstag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017